Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica in der Staffel Ghost. Ja, ich lebe noch. Aber ich hatte ja gesagt, Umzug, ein bisschen krank, sehr Stress auf Arbeit und so weiter und so fort. Da hatte ich nochmal in die letzte Folge rein, die guckten überhaupt einen kleinen Überblick zu haben, was hier los war. So, jetzt bin ich ins Spiel rein. Und dann ist das aufgeploppt. Das heißt, wir müssen nochmal Da werden wir hinfahren. Ähm, frage ich da hin oder nehme ich schnell das Mädchen? Ich würde sagen, die Schlüssel lassen wir hier stehen. Da donnern wir schnell mit der Motte hin. Das geht schneller. So, und ich hoffe dann, wir haben dann... Welcome aboard, Captain. Ja, ich stecke. Ach halt, eine Sache wollte ich... Es gab ja ein Update. Das hat aber wohl wieder nur... Mit, mit, ähm... Wo muss ich jetzt lang? Ich habe gar keinen Plan mehr. Mit, mit, mit Performance und Bugs zu tun. Und ich hoffe, dieser Bug... Ist behoben worden. Kann ich irgendwo? Ja, hier. Jawohl, es geht wieder. Geil. Gott sei Dank. Weil ich hab, ich hab nicht durchgelesen, was, ähm, was genau. Ich hab das bloß schnell geguckt, ähm, dass es halt eben keine inhaltlichen... Kein inhaltliches Update war. Sondern nur, wie ich sag, Bugs und, und Performance und sowas. Naja, mal gucken. Ähm, so, ich muss ja mal gucken, wo das Teil ist. Ja. Jetzt haben wir hier noch Kofferraum und Stromding drin. Ja, das reicht. Hab ich die Schubkanon, oder hab ich sie mit? Aber nicht zum Feuerlöschen, ne? So, gehen wir mal zurück. Und ich hatte eh was gesehen, im Video. Und zwar... Da waren noch Feuerlöscher. Ähm, da kannst du ja unten kommen. Ach, das ist doch nicht ein Pariken, Mann. Äh, in irgendeiner Kiste waren, waren noch Feuerlöscher drin. Die können wir mitnehmen. Die müssen wir hier nicht brauchen für die Euro, auf alle Fälle. Das weiß ich natürlich nicht mehr, in welcher. Oder waren sie... Doch, weil, wenn ich da... Da vielleicht? Nein. Wollt ihr sie sehen? Oder waren... Ne, dann waren die drüben drin. Shit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da... Wir werden es sehen. Wenn nicht, wird doch da noch irgendwo hin... Äh, wo bin ich drin denn hier? Ne, da lang. Mein Gott, ich hab hier keinen Plan mehr. Wir werden doch da irgendwie noch ein Feuerlöscher hier finden. Achso, die ist ja hier eingepackt. Mein Gott, ich bin völlig neben der Rolle hier. Ja, voll neben der Rolle. Ja, und dann, ja, wie ich sage, war ja Umzug und alles bei mir. Und ja, da hat man ja halt ein bisschen was zu tun. Und dann noch so andere Sachen dazwischen gekommen. Deswegen, ich hab ja durch seit zwei Wochen kein Video mehr gemacht. Ich hatte noch die Videos, ähm, von Forest Together mit dem Skelly zusammen. Da hatten wir ja, wie gesagt, ein paar, ähm... Da haben wir ja immer ein paar Videos hintereinander aufgenommen. Dadurch hatte ich noch ein paar, die ich hochladen konnte. Zwischendurch. Das war halt kein Problem, aber selber zocken, aufnehmen, das... Das war so ein... Und daran war nicht wirklich zu denken. Ja, mir hört... Da habe ich schon mehr Erkältung. Äh... Bin ich denn hier? Ich bin ja völlig falsch. Ja, und dann hatte ich eigentlich meine Gedanken gespielt. Ich dachte eigentlich, ich brauch die Staffel hier gar nicht mehr weitermachen. Da ja eigentlich, äh, am 31. Oktober... In die Vollversion rauskommen sollte. Aber... Ist ja noch nicht gewesen. Gut, dann spielen wir also wieder weiter. Wir fahren jetzt schnell da zu der Kapitänskajüte, gucken, was da gibt. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns wieder in die Tiefe, weil ich will in das Gefängnis rein, da gucken, was da gibt, was da los ist. Okay. Oh, wie sieht das komisch aus hier, oder? Durch das? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier drin? Ja, vielleicht können wir mal reinkommen. Eine Batterie nehmen wir gerne mit. Eine Batterie. Und dann... Oh, das ist noch ein Kommer. Oder hier, 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 glaube ich. Hier, hier geht noch nicht mehr. Liegt es an der Sonne? Da haben die da irgendwie was... Irgendwie kommt mir das anders vor. Ich weiß es nicht. Kann man täuschen, aber es... Irgendwie... Warum würden wir sagen rot oder? Ich weiß es nicht. Na egal. So, warte mal. Gehe ich jetzt von unten rein oder von oben? Das ist so wieder... Was ich nicht so richtig weiß. Ich könnte ja hier... Was ist kürzer? Das ist eine Frage. Oh, jetzt habe ich mich festgesetzt oder was? Nein. Kann ich das mit der... Machen wir die auf. Na Gott sei Dank. Ey. Gott sei... Gott sei Dank. So. Haben wir sie befeiert. Dank Schubkanone. Geil. Oh Mann. Hier ist was los. Gut. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. In der Giezele. Sehr schön. So, wo ist ein Engang hier? Nee. Ach du gerade ist auch schon gar nicht anders hier. Wie sag ich? Ich weiß es gar nicht... Ob das da lang besser ist oder anders? Werden wir sehen. Gut, hier komm ich nicht rein. Aufgrund. Feuer. Das ist doch gefeuert, das hab ich grad... Ne, hier ist nichts. Gut, dann müssen wir vorne rein. Und das, dass ich da gehen brauche. Da landen. Eigentlich nicht. Müssen wir nochmal Kistenzimmer aufmachen. Da oben ist eh, ne? Eigentlich hatte ich hier alle geöffnet. Ich hab hier keine Kitsch-Titel, glaub ich, nicht gelöscht gehabt. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Oh, die ganze Schrift hier. Überall. Überall. Oh ja, ist gut. Ach so, na gut. Nehmen wir mit. Du hier, was gibt's hier? Boah, was ist hier los, eh? Mann, die Kiste ist man doch eigentlich immer nicht an. Ne, die stand weiter drüben, glaub ich, ne? Früher. Ob ich nichts machen konnte. Was? Oh ja, das ist gut. Cool. Ja, brauch ich doch gleich. Ähm, mir geht. Wer nicht. So, dann werden wir mal hier runter, hoppeln. Ich hoffe, das funktioniert gut, alles. Wenn nicht, wir haben ja die Schubkanone. Und nochmal für den guten Scanny. Es geht. Du siehst. Duftkopf. Hier müsste doch eigentlich nur offen sein, oder? Ach ne, durch das Update, ne? Ähm, das war folgendes. Und das? 1, 4, 5, 4, ne? So. 1, 4, 5, 4. Sehr schön. Nährstoffblock. So, besuchst du den Hau... äh, aber ich wollte schon mal die Kisten. Will ich nicht. Ich mach die Mannschnur. Boah, sieh. Hier. Da war doch früher kein Feuer, oder? Hier ist nur noch die Batterien und so nehm ich mit, aber... Das war vielleicht schon mal. Kann ich mir ja rückzu noch entscheiden, ob ich noch was einsacke. Komm, in gehen wir noch. In geht noch. In geht noch. Und eh, ne, er schafft noch. Komm. Ich hab ja... ich brauch ja... ich hab in das Schwede momentan, ne? Den Platz haben wir. Gut, komm. Bup. Äh, wir müssen da... jetzt muss ich das wieder aufschneiden, oder was? Kleiner Raum, das wird schon hier sein, oder? Äh, aber egal. Da hauen wir so oft das Ding. Batterien haben wir mit. Haben wir ja grad die 5. Also kein Problem. Na komm, zieh durch. Ja, den Miss H. Januar, da brauch ich eigentlich gar nicht nehmen. Da brauch ich noch eine Batterie. Na klar, durch das Update ist das alles wieder... ... respawn oder so, also... ... ja, zurückgesetzt worden, ne? So. Wir müssen jetzt hier rein, ne? Das müssen wir reparieren. Muss auch von hier ausgehen. Da war der grad. Äh. Eigentlich soll man hier wahrscheinlich noch Feuer lösen, aber... ... pss. Brauchen wir nicht. Genau, da hoch müssen wir. Hier haben wir alles. Ich könnte hier doch eigentlich denn ein zweites... ... wo war'n das? Magieh'n nicht immer irgendwo... ... das Modul rum? Da drin ist es. Komm ich da rein, ohne mich zu verletzen? Das Modul. Das kann man doch, glaub ich, für den... ... Anzug, der Ding, ne? Das muss doch funktionieren. Halt, da. Ich hab's hier hoch. Ups. Guck, Skelly, wie das geht. Kann sich überall rüberhüppeln. Brauchst du nix. So, jetzt müssen wir mal gucken, das ist Lala. Da brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Was ist das? Also, PDA. Das haben wir alles gescannt. Und wir hätten jetzt nochmal Booster mitnehmen können. Das ist ja Quatsch. Wo ist die Kapitän? Kapitän 1? Das ist sogar die. Das ist was? Komme ich ja heile durch? Kapitänsquartier. Guck an. So, da haben wir's. Also, 2, 6, 7, 9. 2, 6, 7, 9. Auf. Was da ist denn? Ey, das ist ja... Das ist ja die Aurora. Ein Modell? Cool. Warte mal. Was war denn hier? Das, ne? Cool. D, 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 D. Und ein Datenterminal. Laden, Download, Terror aufzeichnen. Guck mal hier. Neues Poster. Das nehmen wir mit. Und noch ein PDA. Okay. Aber der hat nichts gesagt. Das heißt, jetzt haben wir schon. Betriebsfotokolle. Alternative aufgezeichnete. Langstreckenkommunikationsrelais der Aurora ausgefallen. Durchschnittliche Langstreckenübertragungsverzögerung 8 Stunden. Zeige letzte aufgenommene Übertragung unter 6 Minuten. Dies ist ein Notruf. Die Aurora ist auf Kollisionskurs mit Planeten 4546 b. Sende alle verfügbaren Umgebungsdaten. Bitte antworten Sie mit einem Rettungskonzept. Altera Hauptquartier plus 8 Stunden. Hier spricht das Altera Hauptquartier. Im Anhang dieser Nachricht finden Sie Baupläne für ein Rettungsschiff, das nach unseren Berechnungen in der Lage sein wird, den Orbit zu verlassen. Und sie zurück zum nächsten Phasentort zu bringen. Sie können es aus Materialen herstellen, die Sie vor Ort finden. Aber es wird eine Mordsenergiequelle benötigen. Sie werden Teile aus dem Reaktor der Aurora ausbauen oder sich etwas Kreatives einfallen lassen müssen. Wir sind sicher, dass Rauschen und Kommunikationsrelease ausgefallen ist. Warte mal. Das heißt, was ist das für diese Abschusskanone oder irgendwie? Irgendwie ist er hier. Man kann ja wohl irgendwas machen, dass man die Insel verlassen kann. Das wird dann wohl langsam so das ganze Zeug sein, denke ich, ne? Schicki. Das kommt in mein Hauptquartier. Gut. Ähm, warte mal. Ich muss kurz tauschen. Ich muss immer aufpassen, meine Stimme nicht weghaut, Johan. Gut, dann haben wir hier alles. Erstmal. Können wir, können wir auch wieder abdampfen? Ähm, da lang, ne? Warte mal, in dem... Ach seh, wir brauchen noch nicht. Ich hab gerade überlegt, hier gab's ja immer noch was. Aber das war ja... Da ist, ähm... Wie ich durch? Ja. Dieses... Ähm... Finzyklopen... Ähm... Seh'n Teil da in dem... In dem Reaktorraum. Aber das... Brauche ich ja halt nicht. Weil man das dann einfach gut hat. Das ist zu sturm hier, wenn man Luft holt, oder? Oder war das letzte Mal schon? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh, komm. Mit mir hoch hier. Wollen wir noch ein bisschen Fresschen und so mitnehmen jetzt, oder nicht? Immer noch was, ne? Ich hab noch ein bisschen Platz. Da hat man immer mal eine eiserne Reserve bekommen. Trinken geht immer. Ich bin jetzt in meinem Anzug, der produziert zwar was Zeug. Aber... Och, ich muss mich ständig müden, damit ich euch nicht die Ohren voll huste. Mehrstoffblock. Ja, aber mein Anzug, dieses... Das Wasser, was da rauskommt... Ähm... Das kostet halt auch, äh... Essen, glaub ich, war, ne? Ups. 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 So, das haben wir alles schon. Und das... Hier brauchen wir echt Quatsch. Los. Wie gesagt, wenn... Wenn die Vollversion dann irgendwann... Vielleicht kommt's ja noch dieses Jahr. Ha. Rauskommt. Da wär ich, denke ich, auch nicht so schnell in die Tiefe gehen und alles. Das wär mal alles ganz... Nach und nach. Da haben wir Zeit. Komm. Juhu. Ja. 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 Na, klasse. Alle. Ja. Ja. gehört und er interessiert uns nicht. Was ist das? Das ist Titan. Was hatten wir in der letzten Folge glaube ich? Blei. Ich habe keinen Plan wo das hin ist. Wollen wir noch mal gucken? Jetzt werden wir mal gucken was performancemäßig ist. Ob hier ein bisschen sich was getan hat, wenn du hier durch das komische Pilzbiom. Radass. Das ist Lithium. Die ploppen halt noch. Obwohl ich das auch ploppen rausgenommen hatte. Aber ich habe hier 43 FPS. Na gut jetzt 33. Aber die Maschinen durch. 26. Aber es geht gleich wieder hoch. Also hier haben die glaube ich was gemacht. Man müsste drüber auf der anderen Seite gucken. Da wo das Schiff oben drin hängen. Aber das läuft hundertprozentig flüssiger oder? Ich will mal noch nicht zu früh schreien. Aber ich würde sagen ja. Na gut das lädt hinterher aber. Ist gut. Ich denke ja. Gut. Nach Hause. 19 Minuten. Na ja. Gut. Dann werden wir hier zurück jockeln. Dann gucke ich nochmal durch ob wir alles haben. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge wieder auf nach unten. Oh Mann. Oh Mann. mal. mal rein. mal rein. mal rein. mal rein. Die zeigen halt Dinger an, die weiter zurück, weil das wahrscheinlich neu eingefickt wurde und in der Historie, sag ich mal, halt weil mehr zum Anfang liegt, weil man da wahrscheinlich mehr am Anfang langdonnert. Das werden die so ein bisschen in einer bestimmten Reihenfolge haben, ne? Schrotten, ne, immer noch ein bisschen, ach, ich hab ja keinen Platz mehr, ne? Schrotten, ne? Einer geht noch, ähm, Motty, Motty, ist da? Hier war irgendwo ne Schrotten. Komm, der hat noch Schott liegen sehen. Der Rest da oben ist weg, oder wie geht das hier? Mann, Mann, Mann. Ne, da liegt's. So viel. Ist hier noch Platz? Haben wir hier noch Platz drin? Ja. So, da noch ein. Einer geht noch. Ja. Nehmen wir mal mit. Die Pilze habe ich, glaube ich, ne? Falls ich mir mal selber noch unten Batterien bauen muss. Kupfer müssten wir im Zyklopen eigentlich haben. Die Frage ist, ob ich noch genug Platz habe, jetzt für den Schott. Wenn wir mal ausladen. Ja. So, die Titel, die da sind alle voll. Das ist noch einer. War auch umgewandelt, also Quats. Ich bin auch hier in vollen. Komm, schmeißen wir sie hier rein, lass mal. Was soll werden? Dann, Motti, mit der Arse. Motti, Mott, Mott. Komm, die parken wir gleich wieder ein hier. Umdrehen. So. Dann müssen wir noch mal ins Hauptquartier. Ich wollte mal, wo es war. Da oben. Ich glaube. Komm mal hoch, ja. Das ist mein Bett. Da war's. Gut, ähm. Ich habe kein Regal, oder? Ich wollte mein schönes... ...Modell irgendwo hinpacken. Jetzt zieh mal auf, ja. Eins. Wie kann man das denn richtig drehen hier? Warte mal. Nein, nicht hinlegen. Scheiße. Ratzen wir erstmal eine Runde. Das ist ja gut. Mann. Ich finde, was ist... Na ja, machen wir es halt so. Schick. Jetzt war gerne ein Regal gepackt, oder so. Was hat man hier noch? Hier war... Das Aquarium. Sieht doch schick aus alles. Juuuuh, mein kleiner. Riesenhirn, ja. Und? Warte mal, wir haben da noch was. Hm. Ich weiß sogar nicht, was ich hier genau noch... Ach ja, das ist ja so großes. Gucken wir mal. Aurora is the next. Seek fluidity. Terra exploration. Gut. Äh, ja, warte, warte, warte. Lauf zum Meckern. Ja, haste. Vital signs stabilizing. Zum Sink reinhauen wir. Geil. Äh. Gut. Und den Schrott da habe ich noch in der Tasche. Batterien und alles haben wir oben mit. Neh mal alles mit. So. Und da hatte ich hier Sachen. Mal heben die IT rein. Das passt noch rein. Batterien und so, das kommt natürlich noch. In diese Kette. Und dann können wir das gleich wieder... Äh. Mit dem Essen und alles. Auf vorn mal eine Menge. Ne, warte mal, wie viel Platz hat das, ne? Kein mehr. Gut. Was ist hier? Kartoffeln, ja. Wir haben das wie immer Munition da drin. Was ist denn hier los? Was, 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 was? Was, was, was? Was ist denn das? Hä? Ah, da, das ist ja geil. 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 Da haben sie sich was einfallen lassen. Das ist zum Abschluss der Folge rausgefunden. Hahaha. Weißt du, was du so reingepackt hast in den Anzug? Da kommst du denn hier ran. Da kannst du jetzt sogar hier ans Inventar ran, wenn er wieder drin ist. Das ist cool. Schick. Aber wir sind am Ende einer Folge, ey. 26 Minuten. Jo. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo, Kommentare und so weiter, ne? Und für... Ehe wütelmäßige Informationen, wenn ich wieder ein Video hochgeladen habe... Die Glocke. Dann tschau tschau bis zur nächsten Folge.